Peter Tremaine »Wer Lügen sät«, gelesen von Gabriele Blum, erschienen bei Aufbau-Audio im Aufbau-Verlag. Warum haben wir angehalten? Der herrische Ton der Frau, die sich aus ihrer prachtvoll verzierten Kutsche hinauslehnte, veranlasste den jungen Krieger, der das Zeichen zum Anhalten gegeben hatte, auf seinem Pferd umzukehren und das kurze Stück zu ihr zurückzureiten, um ihre Frage zu beantworten. Sie hatten soeben den dichten Wald verlassen und folgten einem schmalen Pfad, der in ein ödes Tal hineinführte, durch das der Wind nur so pfiff. Die Kälte und der wolkenverhangene Himmel passten zu diesem Tag mitten im Winter. Die zerklüfteten Hügel zu beiden Seiten des Tales waren kahl, hoch aufragende Granitfelsen beherrschten die Landschaft. Nur hier und da wurde das braune Gestrüpp aus verwelktem Farren und Dornensträuchern von kleinen Baumgruppen unterbrochen. Anders als in dem Wald, den sie gerade durchquert hatten, spross hier kaum etwas von dem winterlichen Grün, das für diese südliche Gegend so charakteristisch war. Der Krieger, Loingsack, wirkte müde und schien trotz seines schweren, mit Dachspelz verbrämten Wollumhangs zu frieren. Er brachte sein Pferd neben der Kutze zum Stehen und begrüßte die Frau mit dem gebührenden Respekt. Das vierrädrige Gefährt, in dem sie saß, nannte man Kethairiat. Es wurde von vier starken Pferden gezogen. Es handelte sich augenscheinlich nicht um eine gewöhnliche Kutsche. Ihr massiver Rahmen aus Eiche war mit rotem Eibenholz verkleidet und von geschickten Kunsthandwerkern mit Schnitzereien und Goldornamenten verziert worden. Überdies war es ein geschlossenes Fahrzeug, abgesehen von dem Wagenkasten, auf dem der Arra oder Kutscher saß, sowie ein Kerbtach, ein Krieger, der zum Streitwagenführer ausgebildet war und hier als Geleitschutz diente. Wer sich auskannte, konnte Rückschlüsse auf den Besitzer der wertvollen Kutsche ziehen, denn auf der roten Eiben-Täfelung an der Wagentür prangte ein Orskartet, eine Schnitzerei, eine erhobene Hand, das Symbol der Inel, der Hochkönige der Fünfkönigreiche von Erden. Merkwürdig war nur das reiterlose Pferd, das man hinten am Fahrzeug festgebunden hatte. Die Frau, die sich hinausbeugte, war eine stattliche Erscheinung und ungefähr Ende 20. In ihrem blonden Haar schimmerte gelegentlich feuriges Rot auf. Sie war attraktiv, doch um ihre Augen und Mundwinkel zeichneten sich Sorgenfalten ab. Sie wirkte bedrückt, auch wenn ihr Auftreten verriet, dass sie es gewohnt war, Befehle zu erteilen, denen man Folge zu leisten hatte. Sie musterte den jungen Krieger mit kalten, blauen Augen. »Leunseck, warum haben wir angehalten?«, fragte sie erneut. Der junge Mann neigte respektvoll den Kopf. »Lady, wir haben das Tal von Kloon erreicht, doch mir gefällt die düstere Atmosphäre hier nicht. Es wirkt alles zu verlassen und strahlt etwas Bedrohliches aus.« Die Frau sah ihn einen Augenblick überrascht an. Dann verzog sich ihr angespannten Mund zu einem zynischen Lächeln. »Seit wann bist du so ängstlich, Leunseck?«, entgegnete sie spöttisch. »Bist du nicht ein Krieger der Fiener, Ehren?«, der junge Mann errötete. »Ich habe nur bemerkt, wie kahl und verlassen dieses Tal aussieht, im Gegensatz zu den dichten, üppigen Wäldern in der Umgebung dieses einsamen Ortes. Es wirkt, als wäre es von Gott verflucht, sodass hier nichts gedeiht.« »Ich sehe doch, dass du Angst hast, Leunseck«, verhöhnte ihn die Frau. »Ich fürchte mich nicht vor lebenden Menschen«, protestierte der Krieger. »Nicht vor lebenden und auch nicht vor Toten?«, spöttelte sie weiter. »Keine Sorge, Krieger, die Abtei Kluhn müsste ganz in der Nähe sein, wenn man dem Pfad durchs Tal folgt.« Sie wandte sich zu ihrer Gesellschafterin um, die im dunklen Innenraum der Kutsche saß. »Welch ein Zufall, dass wir ausgerechnet hier angehalten haben, denn hier trennen sich unsere Wege.« Die Angesprochene bewegte sich. Es war ein junges Mädchen, kaum älter als Anfang zwanzig. »Ich bin bereit, Lady«, die Frau nickte bedächtig. »Du weißt, was du zu tun hast?« »Ich müsste morgen früh in Finnbars Abtei ankommen. Danach soll ich dich in Kluhn wieder treffen, spätestens bis Ende der Woche.« »Ausgezeichnet. Geh mit Gott.« Das Mädchen senkte den Kopf und kletterte aus der Kutsche. Es lief flink nach hinten, band das Pferd los, saß mit den fließenden Bewegungen einer geübten Reiterin auf und drehte ohne weitere Abschiedsgeste in schnellem Trab davon auf den Wald im Nordwesten zu. Die Frau beobachtete ihren Aufbruch, sank schließlich... »Ausgezeichnet.« »Ausgezeichnet.« »